Ihr Trainingsplan zur Penisverlängerung, auf Smartphone und Tablet. Krafttraining bringt auf Dauer die besten Resultate, wenn Sie sich mit einem Mitstreiter verbrüdern. Ein Trainingskumpane sorgt nicht nur für mehr Spaß am Sport, sondern erinnert Sie auch an Ihr Versprechen, regelmäßig zu trainieren. Unsere Phallosan Forte App fürs Smartphone oder Tablet erfüllt genau dieselbe Funktion. Mit der App erreichen Sie Ihre selbst gesteckten Ziele schneller, denn Sie erinnert Sie regelmäßig daran, Ihren Phallosan Forte Gurt anzulegen. Darüber hinaus kann die Phallosan Forte App natürlich noch viel mehr, und wird damit nicht nur zum Trainingspartner, sondern auch zum Tagebuch, Statistikprogramm und einem kleinen Phallosan Forte Lexikon. Das kann die Phallosan Forte App. Ähnlich, wie Phallosan Plus Plus, kann die Phallosan Forte App Ihre Erfolge für die bestmögliche Penisvergrößerung optimieren, denn sie sorgt für zusätzliche Motivation. Betrachten Sie die App einfach als digitales Zubehör für Ihren Phallosan Forte Streckgurt. Das Beste, die App ist für Sie völlig kostenlos. Sie finden sie im Google Play Store oder App Store. Diese Vorzüge bietet Ihnen die Phallosan Forte App. Maximaler Trainingserfolg durch individuelles Training, ausgehend von Ihren Trainingszielen erstellt Ihnen die Phallosan Forte App einen persönlichen Trainingsplan. Nie wieder Tragezeiten vergessen, die App erinnert Sie stets daran, wann es wieder Zeit ist, den Phallosan Forte Gurt anzulegen. Regelmäßiges Training ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Penisvergrößerung mit Phallosan Forte. Jederzeit volle Übersicht und Motivation, die Phallosan Forte App erfasst Ihre tägliche Tragedauer und die Kontinuität Ihres Trainings. Ganz unkompliziert können Sie sich von der App jederzeit Statistiken erstellen lassen, die Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Trainingsdauer und Ihren Trainingsfortschritt auf dem Weg zur Penisvergrößerung geben. Den kontinuierlichen Erfolg und den eigenen Fleiß vor Augen geführt zu bekommen, wird Sie zum Weitermachen motivieren und Ihnen dabei helfen, Ihre Trainingszeiten zu optimieren. Immer Bescheid wissen, Sie erhalten in der App wertvolle Tipps und Tricks rund um den Penisstrecker Phallosan Forte sowie Neuigkeiten, Angebote oder Service-Nummern, falls Sie einmal Hilfe benötigen sollten. Kostenlos und einfach, die App finden Sie kostenlos im App Store bzw. Play Store. Sie läuft auf allen neueren Android-Geräten und iPhone-Modellen, genauso wie auf iPad und iPod Touch. Die Menü-Navigation gestaltet sich intuitiv und ist quasi selbsterklärend. Schritt für Schritt. So funktioniert die App für Ihren Phallosan Forte. Downloaden Sie die Phallosan Forte App auf Ihrem mobilen Endgerät im App Store bzw. Play Store. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Gerät zu Gerät leicht variieren kann. Wir haben die Phallosan Forte App für bestmögliche Bedienfreundlichkeit optimiert. Sollten Sie dennoch einmal Probleme mit der App haben, hilft Ihnen unser Kundenservice gern weiter. Bitte beachten Sie, dass die Anzeigen von Gerät zu Gerät leicht variieren können. Die App ist einfach und intuitiv bedienbar. Sollten Sie dennoch einmal Probleme mit der App haben, so können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Erster Start der App. Nach dem ersten Start der Phallosan Forte App gelangen Sie auf den Dashboard-Bildschirm. Hier finden Sie die wichtigsten aktuellen Trainingsdaten und Auswertungen. Die beiden Tachometer in der Mitte des Bildschirms zeigen Ihnen, wie gut Sie Ihren Trainingsplan einhalten. Die Tragezeit ist der Indikator dafür, wie gut Sie die vorgegebenen, optimalen Tragezeiten einhalten. Die Kontinuität gibt Auskunft über die Regelmäßigkeit Ihres Trainings mit Phallosan Forte. Je weiter im grünen Bereich die Anzeigen liegen, desto besser und wirkungsvoller ist Ihr Training, und desto schneller nähern Sie sich Ihrem Ziel zur bestmöglichen Penisverlängerung. Um die notwendigen Daten für Ihren Trainingsplan zu erfassen, drücken Sie auf den großen Button. Zweite persönliche Daten eingeben. Zur Erstellung Ihres Trainingsplanes müssen Sie zunächst einige Angaben machen. Die Eingabe erfolgt auf vier getrennten Seiten, zwischen denen Sie frei wechseln können. Die erste Eingabeseite erfasst Ihr Alter, die Voreinstellung für Maßangaben sowie Ihre aktuelle Penisgröße und den aktuellen Penisumfang, jeweils im erigierten und nicht erigierten Zustand. Auf der zweiten Eingabeseite geben Sie an, wie oft und wie lange Sie Phallosan Forte anwenden möchten. Gemäß Ihren Angaben wird Sie die Phallosan Forte-App an Ihre Tragezeiten erinnern und Ihre Trainingszeiten dokumentieren. Sie können wählen, ob Sie Phallosan Forte jeden Tag zur selben Uhrzeit und mit gleicher Anwendungsdauer tragen möchten, oder ob Sie die Trainingszeit an einzelnen Tagen variieren möchten. So passen Sie das Training mit Phallosan Forte Ihrem normalen Alltag an. Auf der dritten Seite stellen Sie gewünschte Zugstärke ein. Anfänger sollten den Zug anfangs nicht zu hoch einstellen, um sich an das Tragen von Phallosan Forte langsam zu gewöhnen. Sie können später jederzeit die Zugstärke erhöhen, um Ihr Training intensiver zu gestalten. Fortgeschrittenen Phallosan Forte-Nutzern empfehlen wir zusätzliche Trainingseinheiten mit Phallosan Plus Plus zur optimalen Penisvergrößerung. Für extra Motivation sorgt die letzte Seite, hier erhalten Sie einen Ausblick auf die Ergebnisse, die mit Ihrem aktuellen Trainingsplan in den nächsten drei Monaten möglich werden. Durch Drücken des großen Buttons beginnen Sie Ihr erstes Training mit Phallosan Forte. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen ersten, großen Schritt in Richtung mehr Selbstbewusstsein und verbesserter Lebensqualität getan. Danach führt die Phallosan Forte-App Sie automatisch zurück zum Dashboard. Ihre täglichen Trainingszeiten erfassen Sie nun einfach und bequem durch Ein- oder Ausschalten des eingebauten Timers auf dem Dashboard. Drücken Sie zu Beginn der Anwendung den Button «Training starten» und drücken Sie am Ende den Button «Training beenden». Die App erfasst automatisch die Tragezeiten und erstellt daraus Ihre Statistik. Bestenfalls tragen Sie Ihre aktuellen Messergebnisse von nun an im 7-Tage-Rhythmus in die App ein, um Ihren Fortschritt zu dokumentieren. 3. Hauptmenü aufrufen Alle Funktionen der App stehen über das Hauptmenü zur Verfügung. Sie öffnen das Menü durch Antippen des Menü-Symbols links oben oder durch Ziehen des Bildschirms von links nach rechts. Sie können hier zum Beispiel unsere Service-Nummern einsehen und Informationen und Tipps rund um die Anwendung Ihres Phallosan Forte abrufen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und extra schnelle Erfolge mit der Phallosan Forte-App. Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns sehr. Geben Sie dazu gern eine Bewertung der App im Play Store bzw. App Store ab. Wenn Sie weitere Informationen zu Phallosan Forte wünschen, klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. 2. 2. 3. 6. 10.